hallo und willkommen zu einer neuen folge vom lucky block battle zusammen mit dem kassi hey ho mein lieben minecraft freundern ist willkommen und mit stommerfüllen und was haben wir heute in unserer kiste in der ecke die wundervolle kiste laser lucky block die sind ganz schön gefährlich aus und leute es wird wieder ein krasses gemetzel die ersten drei folgen wenn ihr noch nicht gesehen habt dann schaut unten in der beschreibung da jeder von uns sicherlich eine playlist da könnt ihr alles sehen das aber nur ober sexy und ich würde sagen hat er das gerade echt gesagt ich würde sagen das wird heute sehr laser ist aber auch das ist voll laser wie du abgehst alter naja hallo ey ihr müssten eure base zurück falls ihr es noch nicht wisst die regeln kurz in kurzfassung jeder von uns hat 24 blöcke wir haben acht minuten zeit danach random deathmatch mit einem random zweier team was man erst am ende erkennt falls seine blöcke aufgebrochen sind am jump and run findet man weitere die aber schwer zu erreichen sind und man darf trollen maximal circa fünf blöcke außerhalb seiner eigenen base und schon ansonsten alles noch mal ausführlich erklärt in der ersten folge so geht's los los geht's los geht's los geht's los schwert alter übertreibt maßlos man er hat glaube ich ein laser schwert star wars oder was krank ist schwert alter läuft für mich okay alter ich hab Glück gehabt es geht direkt zu mir ich geh weg jetzt guck mal ganz ihr zeug ich hab nur was war das ich hab nichts gekommen jetzt hab ich gute sachen ich hab auch wieder gar nichts schon wieder nichts doch jetzt oh gott da kommt was schiebt sie nein 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 ja genau Sturmi viel spaß noch in deiner base och manu ja ok dann kommt oh nee guck mal was bei mir ist easy guck mal bitte rüber was denn Leute, ein Gast! Nein, ein Gast! Ja, genau! Ich hab ein bisschen Angst! Guckt mal bei Sturmy rüber! Alter, ich will nicht mehr bei mir sein! Ich seh das, Leute! Ich seh das gar nicht, was bei euch los ist! Bei mir ist tot! Oh, wir sind alle total eskaliert! Oh, oh, blau... Was geht bei dem, Alter? Nein! Was ist das? Oh Gott, der Kalina ist kaputt hier! Leute, es tut mir leid, ich habe einen Gast mit einem Giant auf dem Kopf zu euch losgeschickt! Was? Wie? Warum? Oh, jetzt müsste Bob tot sein! Was soll das, Kev? Ne, da ist er immer noch! Oh Gott! Ich habe so einen Schwertkrieger mit dem Pferd-Trupp! Oh, oh! Was ist das? Ich habe irgendwas eingesammelt! Ekliges! Was habe ich eingesammelt? Es ist eine Waffe, um gegen Bob vorzugehen, ey! Döhn! Okay, nochmal nix! Ey, ich habe nur Mist gerade! Okay! Bau dich ab, bau dich ab! Komm schon, komm schon, komm! Oh! Nix! 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 Loll! Vier mal nix! Ey, ich meine, ich habe so einen blöden Ritter in meiner Base! Der beschießt mich die ganze Zeit! Das ist ein Bob! Der nervt voll! Ein Ritter? Okay, ey, ich habe echt richtig durchschnittliche Sachen leider noch. Ich kriege die ganze Zeit nur Mucke und Schallplatten! Jawoll! Tausende Spinnen! Bei mir sind Tausende Spinnen! Bei mir ist Bob! Ich bin jetzt noch richtig scheiße bei mir hier! Das ist scheiße! Kann ich mir was kaputt machen, ey! Fledermäuse! Alarm! Fledermäuse ohne Ende! Hilfe! Hilfe! So, Kev! Nein! Oh, ich bin runtergefehlt! Okay, Leute, ich habe ein OP-Schwert, Leute! Alter! Ernsthaft? Ja! Ach nein! Ach bitte nicht! Es ist kein OP-OP-Schwert, aber es ist schon echt gut, glaube ich! Ja, Kev! Und jetzt guck mal, wie du hier klarkommst mit Bob! Ja, Bob! Bob kommt nämlich jetzt! Ja, los! Kev mit Bob! Kev mit Bob, Kev! Kev mit Bob! Kev mit Bob! Kein Problem, Bob ist am Arsch! Dass ihr alle noch Blöcke habt, Mann! Oh Gott, nein! Oh, wie dumm von mir! Kev, bitte lass mich ein! Ich habe noch nichts! Bitte, Kev! Leute! Peter! Ich habe dir Peter gespawnt! Der hat sogar einen Spawn mit mir! Was?! Oh, Kev, ist nicht dein Ernst, Alter! Der Peter hat sogar einen Bogen! Der ist nicht dein Ernst, Alter! Kev bei mir nur Scheiße! So, was ist das? Ich habe dir Peter gespawnt! Was zur Hölle? Was ist denn da? Was soll der Mist? Ich habe dir Peter gespawnt! Was ist das für ein Schwert? Ja, Mann! Ey, ich habe zweimal eine andere... Jo! Oh Gott, es ist nicht wahr! Ey, diese ganzen Fledermäuse, die hier rumschwirren, Alter! Das ist so übertrieben! Noch drei Blöcke, Alter! Bitte, dass hier irgendwas drin sei! Wieder eine Unlucky Potion! Aber diesmal wirklich eine richtige! Nein! Das heißt, der, der mit mir im Team ist, der wird... Oh, guck mal! Diese Unlucky Potions sind richtig nervig! Jaja, man freut sich immer so und dann verreckt man direkt, ey! Da kommt nix, ey! Weil da ist er, glaube ich, oder? Oh! Ne, nicht so! Ich muss unbedingt mal auf irgendeine Ruhe sein! Kommt gar nix raus! So, ich mache jetzt auch mal hier! Ich mache jetzt eine Spitzhacke, so! Was ist hier los? Schaut euch einfach mal an, Leute! Was ich hier bekommen habe! Ich meine, das ist nicht... Das ist der Wahnsinn, wie scheiße das alles ist! Loll! Alter, die Jump'n'Runs sind aber... Ich habe eine ganz gute Schaufel! Die Jump'n'Runs sind mega schwer! Jump'n'Runs ist echt heftig! Ja, ja! Danke, dass es so schwer ist! Unmöglich gemacht hast! Wirklich, danke! Danke! Ne, unmöglich ist es nicht, aber... Nein, nicht unmöglich, aber... Können wir vielleicht mal einen Enderman entlanden, damit ich eine Enderperle... So, ich bin jetzt voll Smaragd und Dia, Leute! Ernsthaft? Ja! Easy hat immer so ein Glück! Und ein OP-Schwert des Grauens! Easy, Alter! Er ist richtig am Maschinen! Ich habe nicht mal Essen! Ich habe nicht mal Essen! Fällt mir gerade auf! Was? Kann ich mir nicht einen Goldapfel erlacken? Erlacken! Da oben? Lena hat den Spawn angezündet? Nein, ich warte nicht! Aber das... Wenn du warst das! Hör einfach mal an, was bei mir los ist! Ach, ihr wollt ja auch Lackenblöcke, ne? Komm mal, das schnell... Oh, ich habe einen Wishing Well! Bitte sei was Gutes! Nach drei Minuten... Jetzt machen wir das Jump'n'Runs hier! Das war was Gutes! Und das ist alles in den Abgrund gefallen! Warum? Yes! Ich hasse mein Leben, Junge! Junge! Ich hatte so'n Well auf dem Jump'n'Run! Auf dem Jump'n'Run war das drauf! Oh nein! Ach, fuck! Ich weiß nicht genau, ob... Ob diese Emeralds besser sind oder Eisen! Ich bleib' jetzt mal Emerald, glaube ich! Ey, Junge, sei mal leise! Ja, mein Team-Partner kriegt da noch was! Emerald oder Eisen... Leute, ich hoffe... Ich hoffe, ich bekomme einen Team-Partner, der was hat, weil ich habe gar nichts! Bestimmt Felix und ich dann noch gleich, Alter! Bestimmt, den habe ich auch noch Leute hier! Ich habe auch ein Schwert! Das ist das Problem! Hä? Schafft man das hier einfach rüber? Das Ding ist einfach... Nee! 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 Okay, Leute! Ich hoffe, ich bin mit dir am Start! Ich brauche einen weiteren Sieg, Alter! Ich bereite für meinen Team-Partner mal ein bisschen was vor, schon gerade! Ich crafte ein bisschen was für den! Ja, klar! Alter, wie sehr du so viel Zeit hast, Junge! Ich glaube, ich bin dein Team-Partner! Und ich glaube, du kannst mir craften mir schöne Sachen, Izzy! Du wirst das nicht bereuen, dann frage ich dir! Oh! Hast du eine große Überlastung für mich? Ja! Ja, ja! Ich habe ganz viele Überraschungen für euch! Und jetzt mache ich mal ein bisschen Jump'n'Run! Noch zum Schluss! Junge! Zum Schluss! Wer braucht zwei Minuten, Alter! Was ist los bei dir? Alter, mir wurde der Jump'n'Run zerfetzt! Was? Echt? Dann hast du aber richtig Pech! Oh nein! Ich habe einen Duck-Sprung gemacht, ich Dummkopf! Einen Duck-Sprung! Ich muss einfach ganz mies rübergehen, Leute! Damit ich nur noch ein bisschen was abziehen kann! Ey, ich bin so froh um diese Emerald-Geschicht! Ich dachte, ich komme mir wenigstens noch eine Rüstung vor! Hatte die noch nie so eine Lucky Ho? Ich habe eine Lucky Ho, aber die bringt gar nichts! Stimmt, die bringt gar nichts, ne? So, okay, warte! Die sitzt im Schlafzimmer, hat er echt gesagt, glaube ich! Leute, ich weiß nicht, ob ihr zugehört habt, aber das hat er echt gesagt gerade! Ich glaube, das hat er echt gesagt! Darf er das? Nein! Darf er das? Darf ich das? Oh, ey! Jetzt einfach bitte mal das Gutes! Yes, Alter! Das ist doch schwer, alles! Ey, wo hängt ihr denn die ganze Zeit? Überall! In Deutschland! Ihr lasst mich in Ruhe, bitte! Ihr habt hier nichts getan! Hilfe! Boi, sie kann uns jetzt richtig eigentlich... Ich habe nur eine Schaufel! Ich habe nur eine Schaufel! Reicht doch, Leute! Ihr braucht doch nicht immer so viele! Ihr müsst nicht immer alles so... Wir haben eine Schaufel und Vanillereisenrüstung! Oder auch nicht mal eine ganze! Ich habe so viel Zeug, ich blicke hier nicht durch, Leute! Weißt du, was ich jetzt mache? Ich weiß ja nicht, wer da ist! Ich check diese Sprünge nicht, die der da gemacht hat! Ich muss die echt immer hacken! Was zur Hölle? Scheiße! Ja, ich hack die auch gerade ein bisschen, aber das Gute ist... Also, diese Sprünge sind echt schwierig! Gut, gut, gut! Oh, ja! Ich check diesen Sprung auch nicht! Mist! Aber es sind noch 50 Sekunden, so viel ist da eh nicht mehr rauszuholen, glaube ich! Ich glaube, ich brauche das da mit Run-Guard! Du darfst dich nicht beschweren! Du bist zu heftig, glaube ich, bei uns hier! Mal schauen, ey! Es ist hier nicht so super krass, aber schon gut! Der ist ganz gut im Vorteil, ey! Ich habe auch noch ein Namensschild, Leute! Ja, okay, das nehme ich! Ich habe eine Musikmaschine, ist doch scheiße! Habe ich auch bekommen, alles! Ey, und dann sind die lacken Blöcke einfach leer, wenn man mal welche findet! Das ist fies! Ich weiß gar nicht, bei wem bin ich denn überhaupt hier beim Jump'n'Grun? Weiß ich auch nicht! Ich dachte, ich wäre bei dir! Ah, nee, das ist meiner! Wer hat denn diesen riesen Zombie zu Huss? Ach, nö! Jetzt klaut Kev hier meine Sachen! Na klar! Was ist das? Warte, ich mache noch einmal Kill, damit ich wenigstens mit vollen Dings ins Dings komme! Oh, ich habe eine Hose gekriegt! Eine zweite Lucky Leggings! Hä? Eine Lucky Leggings, Alter! Eine Lucky Leggings, Alter! Okay, mit Kev! Mit Kev! Okay, komm, wir gehen runter! Ich habe gute Sachen bitte! Ich habe gar keine! Okay, Kev, so! Ich habe eine Lucky Hose, wenn du willst! Äh, bringt die was? Ich habe so eine Emerald! Ja, die ist gut, die bringt übelst viel! Okay, hier ist nur ein Gold! Hier, ich habe hier eine Eisenrüstung, brauchst du die? Nee, also nur Kopf, wenn du hast, und ich brauche irgendeine Waffe! Eine Waffe! Ich habe nur eine Spitzhacke, ich habe diese Hose, das bringt alles gar nichts! Das sind alles meine Waffen-Shit! Ich könnte ein Eisenschwert craften! Nee, ich könnte nur ein Goldschwert! Egal, egal, okay, dann greif mal so an! Ich habe zwei Unlucky Potions hier! Okay! Du darfst den auch einbewerfen! Brauchst du einen Lava-Eimer? Ja, ja, ja! Komm, nimm du den, weil da kannst du besser damit umgehen als ich, glaube ich! Okay, okay! Ich habe auch einen Wassereimer! Hier! Ich habe zwei Wassereimer, nimm du den ein! Danke sehr! Und Milch habe ich auch! Brauchst du das? Nee! Wegen Unlucky Potion, kann man da nicht Milch trinken, dann geht es einem besser! Achso, hast du zwei davon? Ja, ich habe sogar drei! Okay, weil wir müssen die abwerfen mit der Unlucky Potion! Ja, okay! Okay, komm jetzt, komm jetzt! Okay! Oh, die haben auch Lava! Oh, der Dehner hat einen! Ja, einen Bogen! Komm, wir gehen nach außen! Ja, ich komme auf der Seite rum! Ich auch! Ich bin bei dir! Ich bin hinter dir! Okay! Meinst du, du triffst den mit der Unlucky Potion? Ich bin direkt neben dir! Sturmi ist da! Okay! Ich habe auch nochmal versucht, ihn zu treffen! Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe! Komm, wir gehen auf Sturmi! Er ist verstummt! Okay! Okay, den kriegen wir! Okay, jetzt kommt Dehner! Dehner brennt schon mit meinem Schwert! Ich habe ein Brennschwert am Start! Brennschwert! Okay, Sturmi haut ab! Den kriege ich! Den hole ich mir! Sturmi ist tot! Yes! Sehr gut! Jetzt brauchen wir nur noch Dehner! Ja! Ich habe noch viel Essen hier, ne? Brauchst du noch? Ich habe noch so Suppen! Dehner brennt! Ja, Dehner ist mein Lava gegangen! Sehr gut! Den können wir jetzt kaputthauen! Von beiden Seiten! Von beiden Seiten? Jawoll! Und nochmal Lava rein! Komm! Jawoll! Komm, wir kriegen wir! Nein! Er ist immer noch nicht tot! Der ist OP! Ich sterbe! Hilfe! Nein! Du hast doch einen Wasser einmal eben! Er steckt drin! Hau ihn wieder rein! Jawoll! Er ist die ganze Zeit! Oh, Gerd sich rausgeportet! Ey! Der Sturmi hat aber oben Wasser gemacht! Meine Lava fast getötet! Was? Okay! Dehner brennt die ganze Zeit! Er ist neben dir! Okay! Das kann er nicht schaffen! Wie viel hat der denn? Er hat ein OP-Ding drin! Hey, aber der hat doch schon so kassiert! Alter! Wie viel! Er portet sich die ganze Zeit weg! Hey! Sturmi ist wieder da! Brauchst du Essen? Hier liegt Essen! Sturmi ist wieder da! Er tötet mich! Hey! Das darf der nicht! Das darf der nicht! Darf er das? Nein! Darf er nicht! Das darf er nicht! Ey! Das gibt's doch nicht! Cheaten! Die gehen beide auf mich! Boah! Ich mach den da kaputt! Ich hab den da zerstört! Wir haben gewonnen! Nice! GG! GG Leute! Wir haben's geschafft! So! Miese Brise, ey! GG Leute! Ich hab nichts getan! Entschuldigung! Ich hab deinen Wassereimer ganz leicht gesehen, der den erlöschen soll! Was bitte? Was für ein Wassereimer? Ich weiß gar nicht, was da los war! Das war nur für ein Sabber! Der war so, weil es so spannend war! Der sabbert da unten! Was hab ich denn für Sachen? Ich hatte gar nichts! Wir hatten gar keine Waffe! Wir hatten nur Lava-Eimer und... Ich hatte voll gut! Dieser Trank, Junge, Alter! Ich hab den Schärfeschwimpf-Schwert und dann Band 1, Rückschluss 1, Verbrennung 2! Ich hatte noch vier Härten, Alter! Hab ich Schärfeschwimpf gesagt! Ja, du hast mich auch fast auch gefühlt! Ich hab mich immer mit Lava und Wasser... Ich hab ja Wasser und Milch die ganze Zeit gehabt! Das hatte ich! Ja, ich hab dich ja auch mit Lava gut runtergezogen! Ich hätte noch ein bisschen mehr... Ey, Dena! Du hast die ganze Zeit in der Lava geschwommen! Warum bist du nicht gestorben? Golden Apfel! Golden Apfel! Deswegen war das kein Problem! Das war alles? Ja, ja! Und ohne einen goldenen Apfel, sonst hatte ich halt auch nichts! Krass! Das war echt leider mein Problem! Aber trotzdem, cooler Kampf! Ja, sehr cooler Kampf, Leute! Da haben wir nochmal viel Schwachsinn hinterhergegangen! Mir hat es sehr großen Spaß gemacht! Ich hab ne ganz gute... Ich würde sagen... Sturmi und ich sind jetzt an der Spitze gerade! Fällt mir gerade auf, ne? Es steht 3 zu 3... 2 zu 2... 2 zu 0! Der Dena! Der Dena! Der Dena mit seinen Null! Warum hab ich denn immer Null? Der klassische Dena, ey! Der... Der ist der schwarze Peter, ey! Nein! Okay, Leute! Seid auf jeden Fall in 3 Tagen wieder am Start! Wir haben alle unseren Kanälen mit Lucky Blöcks durch Dreh-Henner-Güste! Was Neues! Neue Map! Auf jeden Fall, Leute! Checkt vor allen Dingen auch die Folgen der anderen, ne? Ist natürlich alles unten in der Beschreibung verlinkt und die Bewertung nicht vergessen! Wenn's euch gefallen hat! Also man muss schon sagen, uns macht's richtig, richtig großen Spaß! Wir freuen uns immer richtig drauf, eine neue Runde zu starten! Wir hoffen euch auch! Das hoffen wir! Ich hoffe euch, macht's auch Spaß! Und dann sehen wir uns einfach in 3 Tagen, Leute! Bleibt geil und macht's gut! Bis dann! Ciao, ciao! Ciao! Ich hoffe, ihr glaubt noch an mich, dass ich hier nochmal was gewinnen kann! In 3 Tagen geht's weiter! Take this easy! Nehmt das Leben zu ernst! Macht's gut und tschüss! Und dann kommt noch an die Hände! Und dann kommt noch an die Hände!